Heute seht ihr unseren vierten Beitrag. Für mich ist Bier mehr als ein Genussmittel. Für mich ist Bier Leidenschaft. Aus dem Grund habe ich mir im Jahre 1991 zu einem Job der Levenbrauerei Halle entschieden. Als Bierfahrer bin täglich im Einsatz, notfalls auch am Wochenende. Neben der Gastronomie beliefen wir auch Getränkemärkte und Einzelhändler. Dabei fahren wir jeden Tag mehr als 2500 Liter Bier von der Levenbrauerei Halle zu unseren Kunden in der Region. Unser Fuhrpark erfasst aktuell 12 Fahrzeuge mit 12 Fahrern. Unser Hauptgemerk liegt bei möglichst kurzen Transportwege. Bevor unsere LKW-Fahrer aufbrechen können, müssen wir es erst einmal mit Bier beladen. Auf so einen LKW passen ca. 16 Paletten drauf. Eine wiegt ca. 800 Kilo. Und da wir das heute nicht mehr von Hand machen, haben wir natürlich unseren Gabelstapler dafür. Wie überall bei der Halle-Lühe-Brauerei ist Sicherheit natürlich an oberster Stelle. Und wenn wir unsere LKWs beladen, müssen wir natürlich immer darauf auf unsere Kollegen Rücksicht nehmen. Denkt daran, wenn ihr das nächste Mal ein Harler Bier kauft, ist es von den Menschen aus der Region für euch. Ah, hell ist gut. So ein alkoholfreies Naturradler, das ist schon was Feines. So ein alkoholfreies Naturradler, das ist schon was Feines.